Im Lungau wird bis kein Samstag gebunden und gesägt, was das Zeug hält. Jedes Mitglied der Landjugend hat seine Aufgabe und alle haben dasselbe Ziel, den wohl höchsten und beeindruckendsten Osterbrauch Salzburgs perfekt dastehen zu lassen. Das Osterfeuer ist eigentlich in so einer kleinen Gemeinde, sage ich mal wie bei uns mit 570 Einwohnern, natürlich schon ein richtiges Highlight. Unsere Landjugend hat 40 Mitglieder und ist eigentlich jetzt jedes Jahr und heuer, muss ich sagen, besonders jetzt hat es zwei Jahre Corona-bedingt kein Osterfeuer gegeben. Jetzt ist das natürlich schon ein richtiges Highlight, dass wir heuer wieder zimmern gedreht haben und dann in der Osternacht abheizen. Da gefällt mir das richtig schon, die ganze Landjugend auf das. Wer besonders stolz ist, ist der Geht von mir. Der war eigentlich vor 25 Jahren der Wiedergründungsmitglied von der Landjugend und natürlich, das befüllt ihn schon mit Stolz. Wenn man da dasteht und nachher so ein Endprodukt hat, das ist schon richtig cool. Auch die Landjugend Mauterndorf wird mit ihrem Osterfeuer rechtzeitig fertig. Also heute machen die Mädels und auch der Simon ist kreuz, das kommt dann ganz oben aufs Osterfeuer drauf und am Abend machen die Jungs nachher das Osterfeuer fertig. Es kommt da noch so eine Spitz drauf und es wird auch überall noch gerade abgeschnitten und generell das Osterfeuer steht für die Auferstehung Jesu, deshalb auch das Kreuz ganz oben. Früher hat es ja noch die andere Bedeutung gehabt, dass es im kalten Winter quasi ausgetrieben hat und es steht halt auch für Fruchtbarkeit, Wachstum und für eine gute Ernte für die Bauern im nächsten Sommer. Was die Lungauer nun selbst von ihrem einzigartigen Osterbrauch halten, wir haben uns umgehört. Also grundsätzlich finde ich die Osterfeuer gut im Lungauer, ist ein alteingesessenes Brauchtum, das langjährige Tradition hat. Der Legende nach sind ja die Osterfeuer damals so wirksam gewesen, dass in den Franzosenzeiten die Franzosen verjagt worden sind mit den Feiern, weil lieber die Feier waren und die Leute gemeint haben, jetzt müssen sie wieder abziehen. In dieses Osterfeuer sehr wichtig, erstens um die Tradition aufrecht zu halten und zweitens gehen wir gemeinsam in die Kirche am Karsamstag, holen das geweihte Feuer und entzünden somit unser Osterfeuer. Wir haben in der Familie auch ein kleines Osterfeuer gebaut und das ist halt auch gut, weil nach dem Vater auf dem Sohn der Braucher übertragen wird und auch der Zusammenhalt gestärkt wird. Also ich denke, das ist schon sehr wichtig. Also ich glaube, die Osterfeuer sind nicht mehr so wie früher, dass irgendwie alles auf den Hafen zusammen gehabt wird, sondern es wird auch schon richtig geschaut, dass man das nachhaltiger macht und die Osterfeuer, glaube ich, sind auch weniger, waren dafür ein bisschen schöner. Wie würde ich sagen? Ich will. Ja, für die Osterfeuer haben Sie ge 듯 faire times unsere Blatt. Ich dir gegenüber. So wie will die Osterfeuer destocken denen man das wird? So, wie wärmer?